Wie wird der heilig sein? 2010er? Ja, das ist nichts von einem anderen. Heute kommen die letzten Wochen ab, oder? Die letzten drei Wochen, ja. Heute sind wir spät, oder? Also in Wien hast du gesagt, machen wir es spät heuer. Nein, klar, das war wiesnisch seit der Blüte. Die Blüte war heuer verzögert, das fällte Frühjahr. Und ja, es ist noch ziemlich viel möglich von Wies, auf dem Wetterverlauf von den nächsten drei Wochen. Wir würden uns natürlich sonniges, trockenes Wetter wünschen. Allzu warm muss es ja nicht mehr werden. Also, ich habe kein Problem, wenn die Kühle ein bisschen die Ernte hinauszögert. Dann haben wir eine sehr schöne Aromenausprägung, aber es wird nicht so viel regeln, ja. Ja, wenn uns recht. Wir würden uns das auswählen. Für die nächsten drei, vier Wochen, oder? Genau, richtig. So um den 20. September nicht mehr. Ich beschmecke mir ein Wein, was ist das für Sorte, oder was für eine Sortenmix? Wo kommt der Wein her? Und da brauche ich nicht noch was hin. Also das halt so zuzudecken mit Fübrille und Rösterungen. Der ganze starke Parikischmach, das ist eh schon vorbei. Ja, richtig. Es war eine Mode. Nicht in Österreich. Ausgehend von Frankreich, die Österreicher, die Tulena, die sind auch wahnsinnig kulzbetont, und wirklich körperlich. war doch gescheitfähig. Ich bin hier. Es ist gut. Vielen Dank. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht mehr, am Nachdenker. Häh? Ich freue mich jetzt auf die Schnelle. Marco Witsch.